Oh, es ist Rai! Schön, dich hier zu sehen! Nach dem Ereignis in Polaphorus diese Region ist von hier gewonnen als je zuvor. Ich sehe keinen Mitglieder von Team Magmo und Team Magmo mehr. Ja, schön, ich habe dich gesehen. Das ist wunderbar, denkst du nicht? Hm, die Klima dieser Stadt ist so... Keine Ahnung. Willst du die Honigbrache probieren? Du solltest ein Geheimmittel benutzen, um die Pokémon hierher wegzuscheuchen. Yo! Wer ist denn Mr. Steven? Gut, das heißt, jetzt wissen wir auch, wo wir jetzt hin können als nächstes. Hm. Wann hast du alles hoch? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das ist wo ein Picture-Kack-Kack-Kack-Kack. Ja, das ist wo ein Picture-Kack-Kack-Kack-Kack-Kack-Kack. Galoppa! Jeeha! Boah, meine Stimme lässt aber so manchmal noch ein bisschen stark. Ah ja, äh, na, wie lange aufnehmen? Vier Stunden oder so? Ah, I don't know. Das Problem ist, gerade habe ich einen Plan. Wenn ich jetzt hier und dann so lange wir hier zum Ende komme, habe ich wieder keine Ahnung, was ich noch machen muss. Vielleicht müssten wir eigentlich mal ein Zelt schreibe dafür, weil... Na ja, mal schauen. Hier war der Plan. Oh, komm mal. So. Ja, das ist heiß. Oh, mein Gott. Ja, was haben wir denn hier? Honigbar. Da kann man ja wahrscheinlich Honig kaufen, ne? Ja, nein. Kein Interesse. Ja, ich will kein Glas Milch. Das kann ich auch in der Wohnung nicht wahrhaben. Ja, okay. Sonst gibt es hier wohl anscheinend nichts mehr. Oh, Baumstärme da, woher will ich mich geputzeckt. Was ist das? Der Digger hier? Hey! Ja. Nice, guy. Hier ist ein Noob. Äh. Wow, du hast noch ein besserer Kampf gewonnen. Yay, ich hab's gesagt. Haben wir eigentlich bisher schon einen Kampf gewonnen? Nein. Noch nicht. Oh, wir sind nicht über das Feld latscht. Ja, er ist müde. Das bin ich aber auch. Was sind wir denn hier? Nee, wir haben. Hm, ähm. Ähm. Na komm, lass mich raten, da sitzt die Truppe, ne? Lumberry. Haben wir die hier? Nee, haben wir nicht. Hm. Wir bekommen ja bestimmt dann was dafür, wo wir noch brauchen. Die Frage, wo bekommen wir die Lumberrys her? Hm, hier im Gras kriegt bestimmt keine Milter. Oh, oh. Also. Ich bin ganz wohl nie da. Ah. Ah. Ah, da haben wir ja. Hä, wie ist Bunker-Energie, hä? Oh, das war Geduld. Wo ist eigentlich das, was ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ähm. Joa. So, wieder so. Oh. Ja, er überlebt das sogar. Ja, ha, ha. Ja, schau. Schade. Ah, das ist das Problem. Zumindest kann ich nicht einfach nochmal zurücklaufen. Ich weiß nicht. Ja, du laufen. Weil fliegen kann man ja nicht. Beziehungsweise skippen. Ja, guter Arsch. Das Problem kann man hier noch später irgendwo zurückkommen. Jetzt kommen wir auch immer nach Pooldi-Jazity. Oh, wo müssen wir irgendwie nach Pooldi-Jazity kommen? Dann müssen wir irgendwie nach Harvest-Jazity oder so. Genau, ich weiß nicht. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Ähm. Boah, wo müssen wir denn jetzt am ehesten hin? Da war es jetzt nicht mehr. B124-Jazity. 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 B125-Jazity. B125-Jazity. B124-Jazity. B125-Jazity. Ich muss hier jetzt Schluss machen, das macht keinen Sinn mehr. Wir haben jetzt sechs Stunden, also mit Skippen, aber wir haben einige erreicht, würde ich sagen. Wir haben bedenkt, wir haben jetzt zwei Orten gemacht, glaube ich sogar. Haben wir zwei Orten gemacht, drei Orten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir waren hier gestartet, hier in Sea Around City. Wir sind jetzt quasi gekommen nach Malia City, Karpos City. Die Outback Town, und hier in Fester Zone könnten wir in Malia nicht in Golden City. Und Honey Village waren da. Das ist in uns. Achso, da kommen wir ja nicht hoch. Da war doch, da war hier. Mit Mopschen. Oh, wahrscheinlich die Lumberrys brauchen wir dann. Ja. Die Lumberrys bekommen wir wahrscheinlich in der Fester Zone. Na, das ist alles schon durchdacht. Was ist hier eigentlich? Was ist hier? Achso, das war ja. Gut, das heißt, im nächsten Part werden wir uns dann in Richtung Polia City begeben. Hä, warum ist da eigentlich Polia City schon? Ich dachte, es wäre da. Ah, das geht ja dann eigentlich gar nicht flott. Ähm, das heißt, im mittlerweile näher höchsten Part. Wir haben uns jetzt aber so lange gelabert, dass hier meine Verabschiedung zu lang wurde. Ähm, ja. Ja, also im nächsten Part gehen wir dann quasi von Rappos ein und nach Route Wow TV auf Route AC, um dann nach Folia City zu kommen. Weil man hier nicht einfach den einfachen Weg hier nehmen könnte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es dann heißt, jetzt vielleicht Pokémon Jura Sky. Ähm. Wann das nächste Mal sein wird. Das kann ich euch jetzt natürlich sagen. Kann sein, dass dann wieder eine etwas längere Pause dazwischen ist. Also ich habe da jetzt, glaube ich, 40 Folgen oder so. Das heißt, es sollte in der Zwischenzeit schon mal zum Aufnehmen kommen. Äh, tut mir leid, dass jetzt wieder ein bisschen rumgefallen ist bei den Folgen. Ähm. Es wäre vermieden geblieben. Dann hätte das mit dem Aufnehmen über Flaps und so weiter richtig geklappt. Aber... Äh, gut. Dann muss man das jetzt halt so machen. Dann muss ich das halt so zusammenschneiden und alles. Äh. Das mache ich jetzt schon. Bzw. Ja, das wo halt fehlt, das fehlt. Leider. Es tut mir leid. Das kann man sich leider nicht ändern. Und würde sagen, bis dahin nun. Tschö tschö. Uhh. Das ist schült soodynamics. WURG,妳 St출방er, die Jahrtaufe im困hen. In separaten sie sich leider nicht mehr hinterher nachEMEN. Untertitelung des ZDF, 2020